Spannungsgeladene Sollte Oh Sollte Oh! Der. 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 Zwiebeln Böse, bitte. 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 Nehmt sie nicht über der Ferturlaub. Ach, oh nein. Nein! 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 Warum, wenn du dich noch einst? Ja, dann! Ja, dann! Noch mal drei, der Welt! Schau! 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 Die wollen die Lamm bauen, Bräuch. Vielen Dank. Alexander, gut gespielt und verloren. Trotzdem ein paar gute Worte zum Spiel. Ich kann eigentlich zufrieden sein. 2-6-2-6 gegen so einen Gegner ist ein gutes Ergebnis für mich. Sehe ich auch so. Das habe ich nicht unbedingt erwartet. Also Glückwunsch. Dankeschön. Was steht noch an? Ja, doppelt. Hoffen wir mal, dass wir da auch noch ein paar Spiele holen können. Vielleicht gewinnen wir ja sogar einen Einzel. Wie ist im Moment der Stand gesamt? Der Gesamtstand ist 0 zu 4. Das ist ein schwerer Gegner. Das sind sehr schwerer Gegner, ja. Alles Gute weiter. Danke. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Einstand! Lars, im Hintergrund läuft ein starkes Spiel. Deine Einschätzung? Ja, ich denke, es geht in den Champions League und Jan gewinnt 13 zu 1. 5.5 steht es. Drücken wir die Daumen. Wir drücken die Daumen und Sieg Freiberg. Ich bin dabei. Danke.